zwei seite an seite heo meine freunde der dunkelheit der große endkampf beginnt mit weg des young attacke es ist koi da omae raga hos c-no-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a 実はほとんど情報が手に入っていません ただ obitoとまだらの配下としていろいろと暗躍していたようです だがここに来て obitoを裏切った ええ つまり奴は元からまだらしかあるじと認めていなかったのでしょう かかし先生 さくら いったいどうなると なるとの中のキュービが抜き取られて このままじゃ だから 4代目様 あなたの 俺のキュービを与えれば なるとは助かるんだね はい 大丈夫 すぐに助けてあげるよ ねぇ そ 先生 どうなったんですか Nein, ich habe ihn nicht zu tun. Ich habe ihn nicht zuvallend, dass ich mich nicht zuvallig habe. Ich habe ihn nicht zuvallend. Jetzt bin ich zuvallend, dass ich die Befeilung habe. Das ist meine Zeit. Was ist das? Was ist das? Krozes, kurz. Ich habe mich von hier rausgebracht. Kakashi, was die姿? Ja. Ich habe auch den Weg mit Obito gelegt. Ich glaube, ich habe das Gefühl, dass ich die Kraft des Flughafen habe. Entschuldigung, aber ich habe mich aus dem Kürbis gewonnen. Hmph, das ist gut. Ich komme mit der左 Seite. Ich bin mit dem Schlagel. Du bist ja nicht. Wenn du noch einmal mit Madara ist, dann kannst du noch nicht mehr... ...und... ...und du... ...und du... Madara... Das war's für mich. Soll ich mich noch nicht wieder zurückkehren? Ich bin noch nicht. Ich habe noch ein paar Fragen. 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 Das ist die Welt. Das ist das Problem. Ich habe einen neuen Weltraum gelegt. Ich habe einen neuen Weltraum gelegt, und ich habe einen neuen Weltraum gelegt. Und ich werde das letzte Mal, die ich am besten mit dem Schrauben genutzt. Und du bist, du bist, du bist. Du bist nicht ein Kind. Du bist hier. Du bist noch nicht. Du bist heute, du bist ein Geist. Du bist ein Geist. Du bist ein Geist. Du bist... Du bist ein Geist. Du bist... Du bist ein Geist. 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 Deshalb ist das Geist, dass man das Blазыв an bist. Aber ich habe alle Menschen miteinander zu überlegen, damit sie sich nicht schlafen. Was ist noch nicht gut, dass sich ich noch nicht überlegen würde? Ich habe alles zu überlegen, dass sich meinen Namen in den Stasiab zurückk бойigen lassen. Nach dieser Geschichte ist anders, weil ich meine Leute anwenden für Beziehung gewinnen bin. Ich bin sicher, dass ich nicht einfach nur einen Ausgangschluss. Ich habe nicht die Wahrheit. Ich habe nicht die Wahrheit. dass ich heute noch etwas erzähle. Ich habe es schon verstanden. Du bist... Ich habe das nicht gewusst. 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 Das ist das, was ich? Ich bin ein, was ich zu helfen? Aber ich habe nur 1 und 8. Und du kannst du jetzt nicht fliegen. Du kannst du jetzt nicht fliegen. Du kannst du jetzt nicht mehr machen. Du kannst du jetzt nicht mehr schlafen. Ich bin ein, ich bin ein. Ich habe schon gesagt, dass ich das Schallmann-Gunst habe. Schallmann-Gunst ist das Schallmann-Gunst, und ich bin ein wenig zu tun. Ich bin ein ganzes Schallmann-Gunst. Ich bin ein ganzes Schallmann-Gunst. Ich bin ein ganzes Schallmann-Gunst. Das ist nur das. Ich verstehe. Dann wird Naruto helfen. Ja, das ist alles. Und heute ist ich der Hauptmannschaft. Ich bin der Hauptmannschaft. Du bist der Hauptmannschaft, Kakashi. Du bist der 2-Mansel. Du bist der Hauptmannschaft. Los geht's! Ich gehst du! Vennichte Madara! Geheimtächtig? Nicht eintestbar. Mit mehr als 40% Gesundheit gewinnen. Erfolg mit 3 Nachbild-Aktion haben. 3x Ninjutsu. Einmal mit Gegenangriff treffen. Okay. Geheimtächtig aktivieren. Gut, lange nicht mehr gespielt. Nachbettaktion. Okay. Ich glaube, ich weiß, was damit gemeint ist. Aber Gegenangriff treffen? Eventuell was werfen? Mal schauen. Okay. Okay. Ah! So. Okay. Ey, ey! Kakashi, hilf mal aus. Boom. Oh, geil. Und sein Ende ist so eine Technik. Ah, komm her! Wow. Ich bin begeistert. Komm schon! Aber ich muss hier irgendwie... Das Nino zu treffen. Komm schon! War das jetzt ein Treffer? Nee, ne? Oh, oh. Okay, okay, okay. Hilfe! Okay. Das war ja einfach. Ach, Mann! Dreimal mit dem Nino zu treffen. Komm schon! Ich denke, das war Nummer 1. Damit! Geh mal Ruhe! Okay, und... Oh, oh. Jetzt kommt noch irgendwas anderes wieder von ihm. Die selbe Technik. Langweilig. Und! Oh, oh, oh. Was kommt denn jetzt? Okay, ausgewichen. Kreis. Und nochmal Kreis. Okay. Und... Ach, Mann! Mann, da hast du schon fast tot. Das gibt's nicht! Jetzt aber los, 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 los! Ach, Mann. Äh, das hat ihn getroffen! Du! Los, jetzt! Treffe! Zumindest kann ich sagen, ich hab ihn einmal getroffen. Zwei Mal! Okay. Und ein drittes Mal. Komm schon! Mist. Ich wollte den News 2 einsetzen. Und der Kasimode weggebt. Das fand ich lustig. Oh, oh. Ah, irgendwie... Gehst du mir auf die Nerven. Jetzt aber! Na, das wird mal wieder nichts. Ich spring mal nach rechts. Kreis! Ey, er hat nicht getroffen! Oh, ich spiele Karachi. Äh, nein. Der hat nicht getroffen mit dem Ding und so. Das gibt's doch nicht. Glaube ich zumindest. Weil im Normalfall, ähm... Wird er mir dann angezeigt, dass ich das geschafft habe, oder nicht? Komm schon! Erfolg mit drei Nachbitt-Aktionen. Sehr schön. Warte. Ey! Der hat doch gerade sich kein bisschen bewegt. Ich dachte, das wäre meine Chance für... Oh. Beginnt ja schon... Den Geimpaktor. Gar nichts geschafft hier. Ich habe einmal nach rechts gedrückt, aber er hat das wohl nicht genommen. Finde ich gut. Ja, der Controller schreit schon für mich. Ja, der Controller schreit schon für mich. Kampfergebnis A? Doch so gut. Okay. Okay. Kampfergebnis A? Kaakasi! Kampfergebnis A? Gehim! All das schon hiniges Ding! D paraleln Hospwałkann... Da habe ich dann entschieden. Gedanken? Du kannst mich stärken, was ich immer kam. Ja, du hast Angst, dass das nichts zu tun. Wenn du nicht mehr zu essen, dann hast du dich zu essen. Ich glaube, dass du auch so schnell wie du im Schuss hast. Ich glaube, du hast es auch nicht mehr zu sehen. Du hast mich nicht mehr zu sehen. Ich denke, dass du das wiederum stehst. Ich sage dir das alles, Obi-To! Das war's für heute. Untertitelung des ZDF, 2020 Ende So Dreimal das Ninjutsu getroffen, nicht geschafft Mit 50% Gesundheit nicht geschafft Gegenangriff nicht geschafft Oh mein Gott, bin ich schlecht Aber wir müssen so oder so, glaube Die Episode irgendwann nochmal spielen Von daher, alles gut Und Neue Episode fahre ich schon Jetzt kannst du die purpurrote Bestie Spielen Oh yeah, das Würde ich doch glatt behaupten Machen wir auch in der nächsten Episode Ähm Ja Dann Bis dann ja, ciao